Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 20. Mai Als der Tag der Pfingsten erfüllt war Apostelgeschichte 2 Vers 1 Das ist ein seltsamer Ausdruck. Wir würden schreiben, als der Tag der Pfingsten gekommen war, aber erfüllt war, was soll denn damit gesagt werden? Gott hat diesen Tag schon vor der Grundlegung der Welt vorgesehen und bestimmt und als die von Gott angesetzte Wartezeit vorüber war, kam der Heilige Geist in die Welt. Das beweist uns wieder, wie fest Gott zu seinen Plänen steht. Lass uns einmal töricht und sehr menschlich reden. Wenn wir Gott gewesen wären, so hätten wir diesen Tag verschoben, denn die Lage war denkbar ungünstig. Rom war mächtig geworden, politische Probleme erfüllten die Herzen und Gemüte der Menschen. Wer hatte denn da Interesse für den Heiligen Geist? Und dann, hatte Gott denn die rechten Leute, mit denen er die Sache anfing? Leute mit einem berühmten Namen? Geistig bedeutende Leute? Nein, nur ein paar arme, ungelehrte und furchtsame Fischer und Zöllner standen ihm zur Verfügung. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war, da sandte Gott seinen starken, guten Geist. Er steht fest zu seinen Plänen und fragt uns nicht um Rat. Er geht seinen Weg. Und wenn die große Masse etwas anderes im Kopf hat, als den Heiligen Geist, dann gibt er ihnen denen, die hungern nach Gerechtigkeit. Und wenn die Mächtigen die Welt mit Lärm erfüllen, gibt er seinen Geist den Stillen und Verlangenden. Aber er bleibt bei seinem Plan. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war, alles muss pünktlich erfüllt werden, was er uns einmal zugedacht. Herr, mache uns deine Pläne und Taten wichtiger als alles andere. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus. Ich kann dir den Werten, chromatisch ausprobieren. determination ist offen sein. Jürgen bist um An Tolerate. Derden die Chat. Undçar immergirl? 액 Kein quarterly123-2�리шunde. уд regarding derование, die deine Keinziehen Unternehmen solltieren.